Grüß dich, ich bin's für Eure Björn. Und das war eine super Woche, weil es war bekriegt bei uns, aber wir haben trotzdem die Hochzeit zu feiern gehabt bei meinem Bruder. Das war echt lustig, weil die Mehreren waren von Niederösterreich und die haben alle schon gerne daheim vermisst, weil sie da in Niederösterreich kamen. Und sonst war ich gesperrt. Und ich bin nicht immer in meiner Familie und ich. Da war mein Bruder, meine Daniela. Die sind schon erst daheim gefahren, weil die eben von Niederösterreich waren. Aber trotzdem war es recht lustig. Ein paar Leute, ein paar Leute, ein paar lange waren. Und ich wollte daheim wieder meine Vision reingebucht draußen machen. Aber die Sex da reingezupfen. Da bin ich ja nass. Das schaut dann aus wie ein Niederösterreich. Und das möchte ich auch nicht. Und was sagt dies? So dann wäre es auch wieder. Schreibt es mir in den Kommentaren, wenn es gut geht. Bitte, ich reich empfehle. Danke. 。